Hi, ich bin Miguel mit großem G von lichtinformer.de und das da, das ist eine singende Fototapete. Wie viele, viele andere Leute auch, war ich auf der Fotokina 2014 und möchte dieses Mal in einem kleinen Video meine Eindrücke und mein kurzes Fazit wiedergeben. Ich fange direkt mit dem kleinen Fazit an. Allgemein fand ich, die Fotokina hatte diesmal nicht so wahnsinnig viel Aufregendes zu bieten. Die Neuerungen hielten sich sehr in Grenzen und die, die es gab, waren auch nicht unbedingt so aufregend. Es gab eher wenig Innovationen. Ich hatte aber das Gefühl, dass es sehr viel ums Verkaufen ging. Es war sehr kommerziell ausgelegt, mehr als ich das Gefühl hatte, dass es sonst war. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich nicht die Zeit hatte, bei irgendwelchen Vorträgen vorbeizugucken. Vielleicht hätte das den Eindruck wieder so ein bisschen relativiert. Aber mein Gefühl war, man wollte einfach die Produkte, die es gibt, unbedingt an den Kunden bringen und ihm die zeigen, wie toll sie sind, aber ohne den richtigen Praxisnutzen. Also es war so ein bisschen Verkaufsveranstaltungen in allem Großen und Ganzen, hatte ich so den Eindruck. Wie gesagt, nur mein subjektiver Eindruck mag täuschen. Was ist der große Trend der Fotokina? Es gibt fast auf jeder Fotokina so einen gefühlten großen Trend. So einen ganz klaren Trend diesmal gab es, fand ich, ebenfalls nicht. Aber es gab sehr viel Video zu sehen. Das gab es auch schon vor zwei Jahren. Dieses Mal aber noch mehr. Im Grunde hatte ich den Eindruck, Video und Foto auf der Fotokina haben sich ungefähr die Waage gehalten. Also es war so 50-50. Da, wo Foto war, war im Grunde auch immer Video. Ist also nicht mehr wirklich wegzudenken. Ob das jetzt noch im Sinn der Fotokina ist, sei dahingestellt, muss jeder für sich selber entscheiden. Außerdem gab es sehr viele Action-Kameras zu sehen. Es gab fast eine ganze neue Halle dafür. Die Halle 9, die sich beim letzten Mal noch hauptsächlich mit Blitzen und Blitztechnik beschäftigt hat, war diesmal fast komplett mit Action-Kameras belegt. Es gab auch ein paar Events, die um diese Action-Kameras gestrickt waren. Wo man einfach die Dinger ausprobieren konnte und relativ halsbrecherische Aktionen durchführen konnte, um das dann auf Video aus der Ego-Perspektive quasi festzuhalten. Ja, zur Blogger-Tour, die es auch dieses Mal wieder gab, wie schon vor zwei Jahren. Allerdings dieses Mal organisiert von der Fotokina-Presseabteilung direkt, nicht von jemand anderem. Muss ich leider sagen, das Fazit ist ziemlich genauso wie vor zwei Jahren. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Man hätte da viel, viel mehr draus machen können. Die Hersteller sind auf Blogger eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Es war jetzt zumindest in etwa auf demselben Stand wie die Presseführung. Ich habe an dem Montag auch ein Stück von der Presseführung mitmachen können, sodass ich den Vergleich habe. Und es war im Großen und Ganzen dasselbe, bis auf den Calvin Hollywood, der sich für uns Zeit genommen hat und ein bisschen gezeigt hat, wohin es gehen könnte. Auch wenn er ganz unvorbereitet war, natürlich einen anderen Background hat. Deswegen muss man das vielleicht ein bisschen losgelöst sehen. Aber er zeigt einfach, was mehr Sinn machen würde für so eine Blogger-Tour. Nämlich nicht Presseinformationen, nicht Pressetexte, nicht schaut mal, das ist unser neuestes, tollstes Produkt mit so und so viel Megapixel. Das kann ich alles nachlesen. Das schreiben hunderte Newsportale im Internet. Die sind im Zweifelsfall sogar schneller, weil die schon auf den Pressekonferenzen waren und direkt von da geschrieben haben. Das ist nicht der Inhalt, den die meisten Blogs haben. Wenige Blogs konzentrieren sich auf News, weil das keinen Mehrwert bietet. Für eine Blogger-Tour erwarte ich mir von den Herstellern einfach ein paar ausgefallene Ideen. Ein bisschen was, was uns interessiert. Zeigt uns die Produkte in der Anwendung. Lasst sie uns anwenden. Gibt uns Möglichkeiten, sie anzuwenden. Zeigt euch offen für uns. Kooperiert mit uns. Seid kreativ. Das Schöne am Bloggen für die Firmen ist. Es ist unglaublich günstiges Marketing, wenn man durch uns spricht. Es ist aber auch ein Marketing, das nicht ganz so einfach ist, wie das herkömmlich vielleicht sein mag. Zum einen muss man kreativ sein, man muss sich was einfallen lassen. Wir machen das größtenteils freiwillig, ohne finanzielle Gegenleistung. Man sollte sich überlegen, wie schafft man es, dass wir bereit sind, unsere Zeit dafür zu investieren. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Man muss sich halt was einfallen lassen. Man muss kreativ sein in diesem Marketing. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf uns nicht die üblichen Pressemitteilungen verkaufen. Und dann ist da auch was möglich. Leider, leider wieder verpasst. In anderen Branchen hat sich das besser rumgesprochen. Auch in anderen Ländern ist das erstaunlicherweise besser. Also dieselben Firmen, die in Deutschland es nicht auf die Reihe kriegen, schaffen wir es komischerweise in anderen Ländern. Da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Da muss noch was passieren. Okay, genug davon. Kommen wir ein bisschen zu genaueren Informationen. Die wichtigste Info für mich, vielleicht spricht das so ein bisschen für die Fotokina. Von der ganzen Fotokina war eigentlich, dass Sony jetzt auch in Deutschland den Profiservice einführt. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Denn, nicht für mich direkt, aber ein ganz wichtiges Signal. Denn Sony versucht schon ganz lange, irgendwie im Bereich Profi und Kamera-Segment richtig Fuß zu fassen. Bisher ist das nicht so hundertprozentig gelungen. Obwohl es ein paar interessante Ansätze gab und Sony ein wahnsinniges Marketingbudget hätte. Aus anderen Bereichen, wahnsinnig viel in der Hinterhand hat, um das zu pushen. Anscheinend tut man das jetzt auch so ein bisschen. Aber ganz wichtig sind immer zwei Punkte bisher gewesen, die sich von den großen Canon und Nikon getrennt haben. Das eine ist der Profi-Service. Als Profi und das ist die Käuferschicht, die später die ganzen anderen Kunden nachzieht. Also man muss erstmal die Profis gewinnen und hat dann die Chance, auch andere Käuferschichten für sich zu gewinnen. Das war bei Canon und Nikon zumindest traditionell immer so. Und für die Profis ist ganz wichtig, einen guten Service zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Meine Kameras müssen schnell repariert werden, wenn sie mal kaputt sind oder in die Wartung müssen. Und da muss ich mich hundertprozentig darauf verlassen können. Das war leider gerüchterweise, ich habe leider keine Sony, aber was man so hörte, ist ja bei Sony überhaupt nicht so. Dieser Profi-Service ist ein Signal, dass es da besser werden soll. Und das zweite, was ganz, ganz wichtig ist für Profis, stelle ich immer wieder fest, wenn ich Assistenzen auch mache und so weiter. Man muss im Renten vertreten sein. Also es muss Objektive und Kameras gut und einfach zu mieten geben. Das ist was, was Sony bisher auch noch nicht so richtig hat. Es ist so ein bisschen die Hähne-Ei-Frage. Vielleicht kommt das jetzt, wenn der Service kommt, wenn die allgemeine Akzeptanz für Sony auch im Profi-Sektor steigt und die Nachfrage steigt. Vielleicht kommt dann automatisch auch der Rent-Service. Vielleicht muss man auch einfach mehr investieren. Vielleicht muss man in diesem Bereich, vielleicht muss man in Rent-Stationen, ich bin kein Vermieter, ich weiß nicht, wie es genau läuft, einfach Equipment mehr zur Verfügung stellen, um diese Lücke zu schließen. Dann hat Sony eine relativ gute Chance, da zumindest aufzuholen. Also wird es sehr wirklich sehr wichtig. Man kann egoisch sein. Mas healthcare aspire? Man kann irgendwo helfen.